Herzlich willkommen in diesem Video geht es um die drei besten Smoker. Das High-End-Produkt in unserem Smoker-Test geht an den Meierraucher. Der schwarze 20 Zoll Barbecue-Smoker aus Stahl punktet mit einem Garraumdurchmesser von K50CM und einer XXL-Grillfläche von 4950 Quadratzentimeter. Zur Ausstattung des Holzkohlen-Smoker gehören insgesamt fünf Roste aus emailliertem Stahl, davon befinden sich drei im Garraum und zwei in der Firebox. Ebenfalls im Lieferinhalt enthalten sind fünf Hitzeleitbleche. Der Garraum unseres Räucherofens besitzt zwei Deckel, die Sie getrennt voneinander anheben können. Damit verringert sich nicht nur das anzuhebende Gewicht, sondern es entweicht auch nicht die gesamte Hitze beim Öffnen. Mit drei integrierten Deckelthermometern haben Sie die Hitze im Inneren der Räucherlokomotive stets im Blick. Damit Sie den 129 Kilogramm schweren Räuchergrill bequem transportieren können, haben wir ihn auf zwei massive Stahlräder gepackt. Den besten Preis findest du unten in der Videobeschreibung. Der Qualitätssieger ist der Activa Smoker. Den Activa El Paso Pellet Smoker kann nicht nur zum Smoken benutzt werden, sondern auch zum Braten und Grillen. Durch den Rauch bekommen Ihre Speisen, wie Fisch, Fleisch und Gemüse ein intensives Raucharoma. Die Pellets einfach in den Pelletbehälter geben und den Smoker anschalten. Mithilfe einer Schnecke werden die Pellets zur Zündkerze transportiert und entzünden sich von alleine. Nachdem Sie die Pellets hinzugefügt haben, warten Sie bis diese sich entzünden und schon kann es losgehen mit dem Smoken. Durch das gleichmäßige Verbrennen der Pellets ist eine konstante Hitze möglich. Fahrbarer Smoker mit Abluftkamin inklusive digitales LED-Thermometer. Der Preis-Leistungssieger in dem Smoker-Test ist der Meier Smoker. Der solide und robuste Smoker ermöglicht Ihnen direktes und indirektes Grillen mit einzigartigem Räucheraroma. Der Holzkohlerost im Kessel des Räuchergrills ist höhenverstellbar. Auf dem Warmhalterost behält bereits fertiges Grillgurt seine Temperatur. Eine seitlich an der Firebox angebrachte Klappe und eine Regulierungsklappe ermöglichen die Steuerung der Luftzirkulation. Der Geschmack des Grillgurts ist bei vollständig geschlossenen Klappen am intensivsten. Dank integrierten Deckelthermometer haben Sie die Temperaturen im Inneren des Grills stets im Blick. Der BBQ Smoker verfügt außerdem über eine praktische Ablagefläche vor dem Garraum. Mit 2 x 9 und 20,5 x 9 und 30,5 cm Grillfläche bietet der emaillierte Rostplatz für reichlich Grillgurt. Der 29 kg schwere Grillwagen ist mit zwei Rädern ausgestattet. Wenn dir das Video gefallen hat, würden wir uns über ein Like als auch einem Abonnement freuen.